Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle zu stehen heute empfinde ich als wirkliches Privileg. Wenn Sie gewählt werden in dieses Amt, dann wird Ihnen die Chance gegeben, für exakt ein Jahr bestimmte Themenschwerpunkte zu setzen, von denen Sie glauben, dass Sie in die Öffentlichkeit gehören, dass Sie in unseren Kreis gehören, dass Sie von der Medizin berücksichtigt und behandelt werden sollten. Und mit einer Fachgesellschaft mit 28.000 Mitgliedern ist das eine ganze Menge Verantwortung, die Sie haben und es ist auch eine große Ehre, das zu machen. Das Thema dieses Kongresses sind die Grenzen der inneren Medizin. Das sind sehr vielfältige Grenzen und ich habe mir aber vier persönliche Anliegen, die ich versucht habe, in der Zeit der Präsidentschaft, die am Dienstag endet, tatsächlich zu behandeln oder für diese zumindest Aufmerksamkeit zu gewinnen. Jetzt müsste ich da drauf drücken und dann geht es weiter, das tut es aber nicht. Nee, vielleicht hat das was mit Batterien zu tun, vielleicht muss man auch da hin zeigen, manchmal muss man auch so zeigen, jetzt geht es. Und die Punkte sind ärztliches Handeln am Lebensende und das ist wahrscheinlich das härteste, die härteste Grenze und von der ich glaube, dass wir uns als Ärzte damit auseinandersetzen müssen. Ich möchte einige Lektionen, die ich persönlich aus der Corona-Pandemie gezogen habe und die ich gerne mitgeben möchte. Ich möchte über die Defizite unserer Digitalisierung sprechen und ich möchte auch ein paar Bemerkungen zum Datenschutz, weil das in direktem Zusammenhang mit den beiden davor genannten steht, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Es geht tatsächlich nur los. Wir haben am 26. Februar 2020 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum ärztlich assistierten Suizid oder zur Sterbehilfe erhalten. Und mein Eindruck ist, dass wir uns nicht ausreichend mit dieser Frage auseinandersetzen. Worum ist das so? Das Bundesverfassungsgericht hat Folgendes festgelegt. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Es gab Zeiten, da war Suizid strafbar, wenn er überlebt wurde. Das ist dezidiert nicht der Fall. Das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen. Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist dem Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Der dritte Punkt, die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Damit ist auch völlig geklärt, dass jeder, der das möchte, Deutschland verlassen darf, um in der Schweiz, in den Niederlanden oder in Kanada zum Beispiel den ärztlich assistierten Suizid, sofern er hier nicht angeboten würde, tatsächlich nachzusuchen. Mein Eindruck ist, dass sehr viel von Juristen über diese Frage zurzeit diskutiert wird, aber nicht von Medizinern außerhalb der Intensivmedizin bzw. der Palliativmedizin. Ich möchte Ihnen jetzt mal aufzeigen, was in anderen Ländern, die dies längst erlauben, tatsächlich dort für Veränderungen vorgehen. Das sind die Zahlen aus der Schweiz. In der Schweiz ist ärztlich assistizierter Suizid gesetzlich erlaubt. Seit 2016 gibt es dort eine Statistik und es werden jährlich etwa 928, zählt man die Ausländer, überwiegend Deutsche, die in die Schweiz einreisen, um ärztlich assistierten Suizid nachzusuchen. Dann sind es noch etwa 100 mehr. Das entspricht etwa 1,4 Prozent der Todesfälle, die in der Schweiz jährlich versterben. In den Niederlanden sieht es schon etwas anders aus. Wir haben auch eine längere Tradition. Dort wurden 2019 in der Kommission 6.361 Fälle von Sterbehilfe gemeldet. Das entspricht inzwischen 4,2 Prozent aller Todesfälle in der Schweiz. Und im letzten Jahr gab es einen erneuten Anstieg von 3,8 Prozent. Ich habe mal zusammengestellt, die mir wichtigsten Dinge in dieser Statistik. Das Erste ist, wenn Sie rechts oben gucken, es sind meistens ältere Menschen, zwischen 70 und 80 Jahre, die darum nachsuchen. Aber es gibt auch 40- bis 50-Jährige in signifikanter Zahl, die das tun. Wenn Sie rechts unten, ich habe ja keinen Pointer, schauen, dann sehen Sie, dass die weit überwiegende Mehrzahl der Fälle zu Hause und in hausärztlicher Begleitung von Ärzten assistiert Suizid begehen. Links unten zeigt, dass der ganz überwiegende Teil der Menschen, die das tun, Krebserkrankungen haben. Und das ist eigentlich das Spannendste oben links. In den Niederlanden, in den Benediktstaaten und in anderen Ländern gibt es nicht nur ärztlich begleitet assistierten Suizid, Hilfe zur Selbstmedikation der Tötenmedikamente, sondern es gibt Töten auf Verlangen. Das heißt, der Arzt führt die Infusion, die zum Tode führt, aus. Und das sind mit 6.092 fast alle Fälle in den Niederlanden und ähnlich sieht es in anderen Ländern aus. Das sind die Fälle in Kanada. Dort nennt sich das MADE, also Medical Assistance in Dying. Und die wird nicht nur von Ärzten, sondern auch von Pflegenden ausgeführt. Und das sind die Zahlen von 2016 bis 2019. Das entspricht in Kanada etwa 2% der Todesfälle. Und ich zeige Ihnen kurz, von wem das durchgeführt wird. Das sind zu 65% Hausärzte. Family Medicine nennt sich das in Kanada. Das sind seltener Palliativmediziner, noch seltener Anästhesiologen. Es gibt noch eine Reihe Krankenhausinternisten, aber oben in der Mitte Nurse Practitioners, immerhin in 7,1%, die auch dafür in Kanada lizenziert sind. Warum stelle ich das zusammen und was ist meine Schlussfolgerung aus den Daten und Fakten, die ich Ihnen gezeigt habe? Das heißt, ärztlich assistierter Suizid ist in Deutschland jetzt erlaubt. Auch unsere Bundesärztekammer hat ihre Regularien verändert. Auch das Berufsrecht der Ärzte schließt die Möglichkeit ein oder zumindest das Verbot zum ärztlich assistierten Suizid aus. Das hat das Bundesverfassungsgericht erreicht. Die meisten Suizide von Patienten werden von Hausärzten begleitet. Es ist kein wirkliches Krankenhausthema. Es ist ein hausärztliches Thema und ich würde unseren hausärztlichen Internisten ans Herz legen, sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, bevor es andere tun. Das Zweite ist, über 90% der Patienten, die um einen ärztlich assistierten Suizid nachsuchen, wurden vorher ausreichend kompetent palliativmedizinisch behandelt. Wenn Sie dann die noch dazunehmen, denen das angeboten wurde und die es abgelehnt haben, dann sind Sie bei 99%. Es geht also nie um eine Alternative. Sie brauchen doch keinen Suizid, weil Sie ja die Möglichkeiten der Palliativmedizin haben. Es ist keine Konkurrenz der Ansätze, sondern es ist fast immer längst palliativmedizinisch ausbehandelt worden. Das Dritte ist, wenn sowohl Tötung auf Verlangen, also Clinician Administrative, als auch Sterbehilfe durch Verschreibung von Medikamenten, Self-Administered erlaubt sind, das ist in Kanada und Benelux-Ländern, wird in fast 99% der Fälle die Tötung auf Verlangen durchgeführt. Warum ist das so? Weil alle ärztlichen oder pflegenden Beteiligten sagen oder befürchten, dass die Betroffenen die Medikation für den Suizid, wenn sie dazu entschlossen sind, weder effektiv noch sicher selbst durchführen können, mit schwerwiegenden Komplikationen, die da eben nicht zum Tode führen, sondern zu schweren Behinderungen führen können. Kanadische Einrichtungen raten inzwischen dringend von der Selbstmedikation zum Suizid ab und empfehlen den ärztlich durchgeführten Suizid. Das ist der Status quo. Mein Eindruck ist, dass in unserem Kreis dieses Thema am ehesten verdrängt wird, dass sich im Moment hauptsächlich Juristen damit auseinandersetzen müssen. Ich bin auch nicht sicher, in welcher Form es dazu eine Gesetzgebung geben wird oder geben soll, aber wir müssen intern dieses Thema bearbeiten, wie wir uns dazu stellen, welche Möglichkeiten wir sehen, welche Grenzen wir ziehen wollen, weil die Anfragen der Patienten werden an uns herangetragen und wir können nicht jahrelang die Bedürfnisse der Patienten ignorieren, wie wir das bei der Implantationsdiagnostik jahrelang erfolgreich gemacht haben, sodass alle betroffenen Familien in die gleiche belgische Klinik gefahren sind. Jetzt fahren die Patienten, die diesen Wunsch haben, nach Holland oder in die Schweiz, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, ob wir wollen, dass das so bleibt. Der zweite Punkt hatte ich Ihnen erwähnt, zwei Jahre Corona-Pandemie und welche Lektionen ich persönlich daraus gezogen habe. Das war ein absoluter Stresstest für unser Gesundheitssystem, für unsere persönliche Belastung, auch für unsere persönliche Betroffenheit und wir alle rechnen im Moment in Wellen. Man erzählt schon in der Gegend, ach, weißt du noch in der zweiten Welle damals, als die Intensivstation, dass wir keine ECMOs mehr hatten, weißt du noch in der vierten Welle, als das mit Omikron anfing. Wir haben inzwischen, glaube ich, eine der größten weltweiten Erkrankungen im Sinne einer Pandemie, an die wir uns erinnern können, selbst im Vergleich zur Grippe, Epidemie, Pandemie von 1918-19. Wir haben 6,2 Millionen gesicherte Todesopfer mit Nachweis des Virus. Die Dunkelziffer wird um ein Vielfaches höher sein. Wir haben inzwischen eine halbe Milliarde Menschen, die daran erkrankt sind und wenn man sich die Zahlen für Deutschland anguckt, dann sind es Stand letzte Woche immerhin schon 23 Millionen bestätigte Fälle. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich doppelt so hoch und immerhin fast 140.000 Todesopfer. Das hat auch keine Grippe-Epidemie in den letzten 20 Jahren an Todesopfern bei uns gefordert. Wie haben wir darauf reagiert? Es gab in einer faszinierenden Geschwindigkeit eine Möglichkeit, die Krankheit zu verhindern durch die Impfung, durch die RNA-basierte Impfung, die von zwei Unternehmen konkurrierend und hocheffizient an den Start gebracht worden ist. Und ich persönlich habe mit großem Enthusiasmus beobachtet, wie die Impfwelle anstieg, nachdem die Impfung im Dezember 2020 eingeführt war. Am Anfang gab es Prozesse gegen Bürgermeister, die sich illegalerweise vier Tage vor dem eigentlichen Impfstart oder wann sie dran gewesen wäre, den Impfstoff besorgt hatten. Das waren die Skandale im Dezember und im Januar 2020. Dann kam ein anderer Skandal. Wir stellten nämlich plötzlich fest, dass ab Juli, Juli, August 2021 die Impfquoten überhaupt nicht mehr zunahmen. Die Gesundheitspolitik hatte Sorge, dass sie nicht genug Impfstoff hätte beschaffen können und es passierte etwas völlig anderes. Ein Viertel der Bevölkerung ließ sich nicht impfen. Ein Viertel der Bevölkerung lässt sich auch heute noch nicht impfen. Ab Oktober ging es dann los mit den Booster-Impfungen. Die gleichen, die sich zum ersten Mal haben impfen lassen, ließen sich dann auch boostern, aber keine neuen. In meiner eigenen Einrichtung sind wir so weit gegangen, dass ich persönlich versucht habe, Impfvideos in türkischer und serbokroatischer Sprache zu produzieren, um auch noch die letzten Nester der Resistenten tatsächlich zu überzeugen. Und Eckhard von Hirschhausen ist darauf eingegangen, diese Anzahl wird nicht mehr weiter steigen, wenn nicht wirklich etwas Dramatisches passiert. Und ich kann Ihnen nicht beantworten, warum. In Oberbayern hat Herr Söder mal den Zusammenhang hergestellt, wo die Impfrate besonders niedrig ist, also im Voralpenland, in dem er gesagt hat, dass dort Esoterik verbreitet sei, würde man ja an der rückgehenden Zahl der niedergelassenen Fachärzte und der ansteigenden Zahl niedergelassener Heilpraktiker ganz deutlich sehen können. Das fand ich sehr mutig. Das war das erste Mal, dass ein Politiker sich in Esoterik- und Heilpraktikertum einen direkten Zusammenhang hergestellt hat. Aber möglicherweise ist das der Grund. Wir sehen ein zweites Problem. Wir haben ein Nord-Süd-Gefälle und wir haben ein West-Ost-Gefälle. Ich weiß nicht, woran das liegt. Eine französische Zeitung hat mir da mal ein Interview abgerungen und ich habe versucht zu erklären, dass die französische Aufklärung nur sehr lückenhaft im romantischen Deutschland angekommen ist und wir möglicherweise tatsächlich noch in Mythen und Mysterien denken und deshalb Impfung nicht akzeptiert wird. Die wirkliche Antwort habe ich nicht. Aber das ist ein Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Unsere eigenen Mitarbeiter, weniger Ärzte, aber ganz viele Pflegenden, lassen sich nicht impfen. Das sind die Zahlen von letzter Woche. 47.000, das sind nur 20 Städten in Deutschland. Das ist keine bundesweite Statistik. Wir haben immer noch ein ganz großes Problem, dass die im Krankenhaus beschäftigen, selbst die an der Front Beschäftigten, sich nicht impfen lassen wollen. Und ich habe dafür keine Lösung, aber wir finden besser eine bis zum Herbst, weil dann die nächste Welle mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder bei uns einkehren wird. Ich habe noch andere Lektionen gelernt aus der Corona-Pandemie und das ist, ich habe Zweifel, dass die Corona-Pneumonie mit Covid-19 eine Krankheit für Virologen oder Hygieniker ist. Wenn Sie sich erinnern, wer die Öffentlichkeit vor laufenden Fernsehkameras informiert hat, wer die Politik beraten hat, dann war das in allen europäischen Ländern Infektiologen, Pneumologen, gegebenenfalls Anästhesisten. Deutschland hatte eine komplette Sonderstellung, in dem die, die die Maßnahmen gegen Corona vorgeschlagen, propagiert und vertreten haben, dass das Virologen war, zum Teil Hygieniker. Das hat aus meiner Sicht zu Verzerrungen geführt. Also nicht nur waren, einige dieser Virologen hatten sich nie mit so etwas wie Corona oder beschäftigt, meistens waren es Aids-Spezialisten, also ein relativ anderes Krankheitsbild, aber die Empfehlungen gipfelten dann in so etwas, ein Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt, Covid-19-Patienten husten Viren durch chirurgische Masken und Baumwollmasken hindurch, übrigens auch durch FFP2-Masken. Da sind sie hingegangen und haben die Porengröße gemessen. Das Coronavirus ist ungefähr 100 Nanometer groß. Wenn diese Poren in dieser Maske 120 Nanometer waren, wurde daraus publiziert, dass die Masken nicht schützen können. Jeder Infektiologe in Deutschland hätte gesagt, jede Atemschutzmaske schützt vor bakteriellen und viralen Infektionen. Das ist Erfahrungsschatz, das ist vielfach belegt. Auf so etwas kann nur ein Virologe kommen. Und das hatte wirkliche Konsequenzen, weil die Masken lange verteufelt und abgelehnt wurden. Das Zweite ist, Sie sehen dieses Instrument da rechts. Das geht auf eine Studie der Hygieniker zurück. Die haben nämlich Abstriche an Türklinken gemacht, haben dort Virusreste gefunden und haben gesagt, das Händeschütteln ist ein wirklich wichtiger Übertragungsweg dieses Virus. Das können Sie bei Amazon kaufen. Jetzt geht das Ding wieder nicht. Sie dürfen nochmal klicken. Ich kann nämlich nicht. Wieder zurück. Sie kriegen einen kontaktlosen Türöffner bei Amazon für 4,99 Euro, um dem, was die Hygieniker uns vorgeschlagen haben, zu ergehen, dass sie keine Klinke mehr anfassen sollen. Das nächste Bild und auch diesen Gruß, den wir alle noch praktizieren, nächstes bitte, den haben wir dem zu verdanken, dass durch Händeschütteln Corona übertragen wird. Pneumonologen, Infektiologen, auch Intensivmediziner wären darauf primär nicht gekommen, dass man durch RNA-Nachweis auf einer Oberfläche einen Infektionsmodus postulieren sollte. Dort hat sich etwas getan und ich betrachte das als einen der größten berufspolitischen Erfolge der letzten Jahres, die BDI und DGIM in der letzten Zeit erstritten haben, ist das nämlich die Tatsache, dass am Mittwoch, den 5. Mai, tatsächlich ein Facharzt für Infektiologie in Deutschland eingeführt worden ist. Ein Tatbestand, den es in anderen Ländern längst gibt, den unsere Nachbarländer alle haben und der jetzt bei uns mit reichlicher Verzögerung erfolgt ist. Warum ist es dann gelungen? Weil ich glaube, auch die andere Ärzteschaft gelernt hat, dass man in einer Corona-Pandemie die Hilfe von Pneumonologen, Intensivmedizinern und Infektiologen aus der inneren Medizin braucht und nicht unbedingt den Virologen. Was nämlich passiert ist, ist, dass die Zusatzweiterbildung für Infektiologie konnte plötzlich von Hygienikern und Infektiologen erworben werden. Das hat es am Ende leichter gemacht, auf dem Boden der Pandemie die Argumente zu finden, dass wir einen Infektiologen auch in Deutschland brauchen werden. Was waren die Werkzeuge, die wir benutzt haben? Also in Deutschland nicht so viele. In anderen Ländern sind wir da weiter gewesen. Die großen Studien zur Behandlung von Covid-19, Recovery und andere kamen alle aus Großbritannien und anderen Ländern. Wir haben da noch nicht so viel zu beigetragen. Eines der Werkzeuge, das ist jetzt kein unbedingt internistisches, ist die PCR-Testung, die wir in allen unseren Kliniken mit Windeseile durchgesetzt haben. Das hat, glaube ich, ganz gut gepasst. Aber durch Testen verschwindet eine Krankheit noch nicht. Die hilft Ihnen nur, die Betroffenen zu isolieren. Die wirklich wichtigen Werkzeuge waren die die Faxmaschine zum Datenaustausch zwischen Krankenhäusern und Gesundheitsämtern und die Corona-App, die viele als große Errungenschaft sehen. Ich selber erinnere mich sehr schmerzhaft, dass sechs Mitarbeiter des LMU-Klinikums gleichzeitig versucht haben, die gesetzlich vorgeschriebenen Meldungen ans Gesundheitsamt zu machen. Es gibt nur eins, das für uns zuständig ist und die haben nur eine Faxmaschine. Und diese Faxmaschine hatte einen Papierstaub. Wir konnten über Stunden keine Meldung von Corona machen und mit welchem Zeitverzug eine nicht-digitale Meldung. Es gibt übrigens seit einem Jahr ein vorgeschlagenes Meldeprogramm, was aber noch in einer Beta-Version nicht zur Verfügung steht. Wir sind da nicht besonders schnell. Die Corona-App halte ich für einen großen Misserfolg, auch wenn die, die sie eingeführt haben und auch die Datenschützer sie für einen Erfolg halten. Sie ist 41 Millionen Mal in Deutschland runtergeladen worden. Man muss aber wissen, dass zwei Drittel der Handys, die heute im Umlauf sind, diese App nicht verwenden können, weil es von der Software nicht passt. Sie müssen wissen, dass von den Corona-Fällen, die vorhanden waren, nur 20 Prozent gemeldet wurden von den Erkrankten, weil man ja das Prinzip der Freiwilligkeit hatte und es sind nur jeder vierte oder fünfte Fall von jemand, der eine Corona-App hat, der eine Corona-App betreibt, meldet die Tatsache, dass er an Corona erkrankt ist und ich glaube, das war keine Erfolgsgeschichte, das haben andere Länder ganz anders gehandhabt. Das bringt uns zum Grad der Digitalisierung in Deutschland. Arjo Krömer hat bei der Eröffnungssitzung dazu einen Vortrag, einen sehr guten Vortrag gehalten. Ich möchte ein paar Nebenaspekte aus dem Krankenhausbereich hier erwähnen. MRAM ist eine der Klassifikationen, wie gut unsere Krankenhäuser in verschiedenen Leveln digitalisiert sind und was Sie hier sehen, sind verschiedene Länder, die aufgetragen sind, die verschiedenen Level. Sieben ist der höchste Level der Digitalisierung, die Sie danach erreichen können, wenn Sie durchgängig elektronische Patientenakten haben. Die gibt es nur in den Niederlanden und den USA. Level 6 gibt es dann schon in einzelnen Ländern, in Deutschland, in ganz seltenen Fällen. Wenn Sie die Summe bilden, das ist die unterste Zeile, dann sehen Sie, dass der Mittelwert in Deutschland bei 2,3 liegt, in Dänemark bei 5,4, in den USA bei 5,3 und die Türkei einen deutlich höheren Digitalisierungsgrad in ihren Krankenhäusern hat als wir. Etwas bedenklicher noch finde ich die Tatsache, dass wenn Sie das Ranking von 2016 und das Ranking von 2018 ansehen, dann fällt Deutschland weiter zurück hinter andere Länder. Das signalisiert, dass wir keine wirklich überzeugenden Anstrengungen unternehmen, unsere Krankenhäuser oder unsere Gesundheitssysteme, hier geht es um die elektronische Patientenakte, tatsächlich zu digitalisieren. Wie kann man das machen? Sie sehen, dass Dänemark in beiden Jahren in der Spitzenposition liegt. Ich zeige Ihnen mal, was die Dänen machen. Das ist die elektronische Patientenakte in Dänemark. Dort ist zentral für das gesamte Land und alle fünf Regionen abgelegt in einer zentralen Datenbank für Haus- und Fachärzte für alle Leistungserbringer, die ihre Daten dort eingeben, einschließlich Physiotherapie, Apotheke, selbst Homöopathen, wenn es sie gäbe, müssten dort ihre Daten eingeben. Es gibt ein komplettes digitales Bild- und Laborbefundarchiv. Jedes Röntgenbild, jedes Dänen ist dort abgelegt. Es gibt einen elektronischen Medikationsplan, es gibt elektronische Rezepte, einschließlich aller Folgerezepte. Sie können also immer nachverfolgen über Jahre, welche Medikamente verschrieben und ausgegeben wurden von den Apotheken. Es gibt selbstverständlich ein elektronisches Impfregister, nicht nur für Covid, für alle Impfungen. Es gibt eine elektronische Patientenverfügung, einen Organspendeausweis. Sie können online über diese Patientenakte eine Terminvergabe beantragen und es wird nachgehalten über diese elektronische Patientenakte, wie schnell Ihnen der Termin gegeben wurde, in jedem verschiedenen Krankenhaus, mit Echtzeit-Wartezeiten. Sie können sich Ihre Patientenbewertung dort hinterlegen, Sie können sich einschreiben in Vorsorge- und Screeningprogramme, einschließlich des Kolonkarzinom-Vorsorge. Sie werden dort registriert als Blut- oder Stamm- oder Eizellspender und Sie können sich auch in klinische Studien einschreiben, wenn Sie daran teilnehmen möchten und Sie können mit allen Partnern webbasiert kommunizieren. So sieht ein digitales Krankenhaussystem aus und ich bin relativ sicher, dass das bei uns nicht kommen wird und zum Teil liegt das auch an unserem eigenen Widerstand. Ich gehe mal eine Nummer kleiner, es geht hier nur um die elektronische Gesundheitsakte, also die Telematik-Infrastruktur. die zehn Jahre komplett blockiert wurde und ich hatte mir erlaubt, in einem Leitartikel dazu, Herrn Axel Brunngraber zu zitieren, der nämlich vor zehn Jahren, vor elf Jahren beim Ärztetag gesagt hat, wir haben in den vergangenen Jahren wichtige Bollwerke geschaffen und das Projekt auf Jahre hingestoppt und das werden wir auch weiter durchhalten. Als ich das geschrieben habe, hat mich Herr Brunngraber kontaktiert, der ist nämlich einer von uns, der ist Internist in Hannover und hat gesagt, wir haben das doch aus ganz anderen Gründen gemacht und ich möchte Ihnen das auch wiedergeben, weil er wahrscheinlich jetzt gerade zuguckt virtuell. Der Kern der Telematik-Infrastruktur ist nicht die Förderung ärztlicher Arbeit und das sollte es eigentlich sein, sondern der Zugriff auf die Ergebnisse ärztlicher Arbeit nach einer jahrelangen aufwendigen Beta-Testung schlecht programmierter Vehikel, die eigentlich von den Krankenkassen hätten betrieben werden müssen, liegen nun keinerlei innovative, die Qualität unserer Bemühungen unterstützende Features vor. Stattdessen prägen gravierende funktionelle Defizite den Alltag des Projektes seit über zehn Jahren. Und das ist einer der Gründe, warum wir uns Ärzte damit so schwer tun. Diese ganzen Programme und Strukturen wurden nicht von uns geschaffen. Die wurden uns übergestillt und wir waren viel zu selten und viel zu marginal daran beteiligt. Auch die Krankenhaus-Informationsprogramme, die sind für Programmierer, Abrechner, Rechtsabteilungen und Verwalter geschrieben worden, aber nicht für unsere Ärzte-Tätigkeit und das müssen wir auch ändern. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Datenschutz und DSGVO. Da ist es sehr gefährlich, sich kritisch darüber zu äußern. Warum ist das so? Das war jetzt eine zu viel. Lassen Sie es einfach. Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern, die personenbezogene Daten verarbeiten, das ist praktisch jede Firma mit Mitarbeitern, benötigen Datenschutzbeauftragte nach DSGVO. Das ist seit 2016 von Jan Philipp Albrecht, heute Minister in Kiel, damals Europaparlamentarier, praktisch im Alleingang durchs Europaparlament durchgebracht worden, dieses Gesetz. Mit welchem Ziel? Der wollte vor den Missbrauch der Daten durch Google, Apple, Amazon und vielleicht sogar die Schufa. Dagegen wollte er die Bürger schützen. Das Gleiche wird aber auch auf den Medizinbereich und auf alle Bereiche des Lebens angewandt. 200.000 Unternehmen in Deutschland unterliegen der DSGVO und müssen, wenn sie es noch nicht haben, einen DSGVO, einen Datenschutzbeauftragten ernennen. 35% der Unternehmen sourcen das out. Die nehmen einen, der nicht Mitarbeiter ist und delegieren das an dem. Das bedeutet aber, dass es in Deutschland 130.000 Datenschutzbeauftragte gibt, die sich darum bemühen, dass sie wirklich alles richtig machen oder die kontrollieren, ob sie alles richtig machen. Nur mal im Vergleich dazu, wir haben in Deutschland 100.000 Steuerberater und 4.000 Steuerfahnder. Und ich unterstelle einfach, dass der aktuell stattfindende Missbrauch im Datenschutzrecht marginal ist im Vergleich zu dem Missbrauch der täglichen Steuerrecht vorgenommen wird. Trotzdem haben wir uns als Gesellschaft und als Staat entschlossen, eine viel größere regulatorische Kontrollbürokratie für den Datenschutz aufzubauen als für das Steuerrecht. Das muss man sich mal, und es ist heavy, wenn Sie sich mal den Bußgeldrechner, den Sie im Internet finden, angucken, wenn Sie als Jahresumsatz von 500 Millionen haben, das ist ungefähr die Hälfte aller deutschen Universitätskliniker, haben mehr als 500 Millionen Umsatz, geht nur um Umsatz. Wenn Sie dann eine Art des Datenschutzverstoßes hat, der nicht formell, sondern materiell ist, und wenn der dann in der Klassifikation von 1, bis hier leicht, mittelschwer, sehr schwer, sehr schwer ist, dann zahlen Sie ein Minimum-Bußgeld von 10 Millionen und ein Maximum-Bußgeld von 20 Millionen. Das ist auch deutlich schärfer, als das im Steuerrecht gehandhabt ist oder in anderen. Warum sage ich Ihnen das? Wir haben darüber hinaus unterschiedliche Regelungen in den Ländern. Wir haben in Bayern, ich will jetzt nicht auf die Details zwischen den Ländern eingehen, aber wir haben in Bayern, haben wir eine Sonderregelung, dass Sie zwar mit Daten von Patienten im Krankenhaus forschen dürfen, aber nur, wenn es im Forschungsinteresse des Krankenhauses ist, das finde ich ganz interessant, Sie dürfen diese Daten auch an andere delegieren, also einen Forscher, zum Beispiel einen Epidemiologen, der kein Arzt ist und nicht an der Behandlung betraut ist, dürfen Sie diese Daten zum Forschungszweck geben, aber nur, wenn Sie das Krankenhaus nicht verlassen. Also ein 40 Jahre altes Gesetz denkt in Mikrofilmen und Papierakten und zwingt Sie die nicht, das hat für uns gravierende Konsequenzen, weil die Firewalls in Bayern sind völlig unvergleichbar hoch im Vergleich zu jedem anderen Bundesland, das darf ich Ihnen bestätigen und das ist, glaube ich, kein zeitgemäßer Umgang damit, weil zum Beispiel es nicht möglich ist, vom LMU-Klinikum des Freistaates an das Leibniz-Rechnenzentrum des Freistaates, was den acht schnellsten Rechner der Welt hat, diese Daten zu übertragen für die Speicherung. Das ist nicht möglich, weil Sie ja das Gelände des Krankenhauses nicht verlassen dürfen. Das sind solche Dinge, die vielleicht einer Anpassung bedürfen würden und Sie können nur an ein anderes Krankenhaus, also das Klinikum rechts der ISA, kann bei uns seine Daten parken, darf es aber nicht in eine Cloud, Bayern Cloud geben und darf es auch nicht zum Leibniz-Rechenzentrum gehen. Das ist im Moment aus Datenschutzgründen um. Ich habe auch dazu versucht, einen Artikel zu geben und das sind meine letzten Punkte. Ich glaube, wir müssen Dinge anpacken. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz und ein Registergesetz für Gesundheitsdaten angekündigt und ich glaube, wir müssen darauf Einfluss nehmen, wie dieses gestaltet wird. Einerseits zum Nutzen unserer Patienten, andererseits zum Nutzen für die Forschung und das sind meine Vorschläge. Der Austausch von Patientendaten zwischen Medizinern kann Menschenleben retten. Das ist vielfach belegt und nicht nur anekdotisch und die Beweggründe sind andere als bei Google, Amazon oder der Schufa. Die DSGVO berücksichtigt diesen Umstand nicht, sollte sie aber. Ziel des Datenschutzes in der Medizin sollte nicht sein, den Zugang zu und die Nutzung von Daten zu verhindern, sondern Patienten vor einem Schaden durch Missbrauch ihrer Daten zu schützen. Und da liegt, glaube ich, aus meiner Sicht das Fehlverständnis einiger, längst nicht aller, Datenschützer, dass sie dort eine andere Philosophie haben. Das ist um Verhinderung des Nutzungs, um potenziellen Missbrauch zu verhindern. Es geht darum, Schaden durch Missbrauch zu verhindern und das sind aus meiner Sicht zwei unterschiedliche Dinge. Die wichtigsten Forschungsergebnisse und Behandlungsfortschritte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie kamen nicht aus Deutschland. Unsere Auslegung der DSGVO ist einer der Gründe dafür und Datensparsamkeit und Fristvorgaben zur Vernichtung von medizinischen Daten sind eine gigantische Verschwendung menschlicher, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Ressourcen. Wir hatten in Deutschland den weltweit größten, jemals aufgezeichneten Ausbruch von Trichinose. 1982 in Bitburg. Da gab es ein großes Volkfest, alle haben rohes Mett gegessen und 137 Leute haben eine Trichinose entwickelt. Das hat die einzigen Behandlungsverläufe weltweit zu dieser Epidemie, die es ja war, stammen aus Deutschland. Alle Akten, Health Records, hätten, hätte die DSGVO gegolten, 1997 komplett vernichtet werden müssen. Wir wüssten nichts über den 40-jährigen Verlauf der Erkrankung. Wir wüssten nichts über Effektivität irgendeiner Therapie gegen die Trichinose und Daten nach 15 Jahren zu vernichtern, ist aus meiner Sicht komplett grober Unfug. Das sind meine persönlichen Forderungen. Die Angabe von anonymisierten Daten in klinischen Studien, in Krankheitsregistern, wir reden von anonymisierten Daten, sollte keine persönliche und individuelle Zustimmung erfordern. Dies wird ja im Steuer-, Melde-, Verkehrs- und Personenstandsrecht auch nicht vorgegeben, dass sie anonymisierte Daten nicht ausgeben dürfen. Warum soll das nicht mit Gesundheitsdaten passieren? Das Zweite ist, die Frist zur Löschung von medizinischen Daten aus klinischen Studien und Krankheitsregistern gehört abgeschafft. Langzeitbeobachtungen sind dann unmöglich. Ich habe Ihnen das Beispiel der Trichinose genannt. Datenminimierung, einer der wichtigsten Grundsätze von Herrn Kelber, dem Bundesdatenschutzbeauftragten, machen überhaupt keinen Sinn in der Medizin. Wir müssen alles, was wir irgendwie kriegen können, über unsere Patienten sammeln dürfen, weil nur daraus ergeben sich individuelle Konstellationen für die Behandlung des einzelnen Patienten und nur daraus lassen sich Forschungszusammenhänge zwischen Gesundheitswirkungen oder schädlichen Wirkungen oder schädlichen Wirkungen, lassen sich nur dort raus extrahieren, wenn alles gesammelt werden darf, was verfügbar ist und was zur Verfügung gestellt wird und nicht der Grundsatz der Datenminimierung in der Medizin gilt. Und letzter Punkt, eine enge Zweckbestimmung des Datennutzungs, die über die Nutzung für die Erforschung von Krankheitsursachen oder von Behandlungsergebnissen hinausgeht, darf es nicht mehr geben. Ich habe fast 20 Jahre in verschiedenen Ethikkommissionen gesessen und es war immer so, dass man beantragt hat, aus einer Hypertonie-Studie die Daten rezu evaluieren für Diabetes und Herzenssuffizienz. Und was passiert dann? Dafür wurde aber nicht die ursprüngliche Zustimmung gegeben, also darf das nicht erfolgen. Das heißt, die Zustimmungen müssen breit sein, sonst machen sie keinen Sinn und Daten dürfen nicht wieder und wieder und wieder genutzt werden, wie wir das in epidemiologischen Studien ganz selbstverständlich tun, müssen wir das auch mit Routine-Daten können. Meine Damen und Herren, zwischen Ihnen und dem Empfang der Stadt Wiesbaden steht nur noch meine letzte, noch mal eins zurück, das war zu schnell, ärztliches Handeln am Lebensende, Lektionen der Corona-Pandemie, Defizite in der Digitalisierung und Datenschutz in der Medizin. Das waren die vier Grenzen der Medizin, wo ich mir die Freiheit genommen habe, Ihnen mit auf den Weg zu geben, sich vielleicht damit auseinanderzusetzen und auch als Fachgesellschaft dem eine gewisse Priorität einzuräumen. Es ist mir eine wirklich große Ehre und ein echtes Privileg, hier heute vor Ihnen stehen zu dürfen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Dankeschön. Applaus 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 Applaus